Wo findest du deine Minecraft-Screenshots für die Java und natürlich auch Bedrock bzw. Windows 10 Edition? Bei der Java Edition drückst du die Windows-Taste und gibst %AppData% ein und drückst Enter. Hier öffnet sich nun ein Fenster, in dem weitere Ordner sind. Hier öffnen wir .minecraft. In diesem Ordner sind wieder weitere Ordner und hier suchen wir Screenshots. Wenn ihr ihn geöffnet habt, müssten dort eure Screenshots, die ihr vorher gemacht habt, zu sehen sein. Bei der Bedrock bzw. Windows 10 Edition sollten deine Screenshots automatisch deiner Bildergalerie deines PCs hinzugefügt worden sein. Wie machst du Screenshots in Minecraft? Das siehst du in diesem Video. Klick es einfach an! Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib diesem Video ein Like, wenn es dir geholfen hat. Hau rein und bis dann!